Wir spielen zu Hause und da wollen wir natürlich gewinnen und da wollen wir die drei Punkte. Und wenn wir dann wirklich 25 Zähler haben, dann haben wir auch eine geile Länderspielpause. Und dann guckt man auch gerne auf die Tabelle mit der Punktzahl. Aber wie gesagt, das Spiel muss erstmal gespielt werden. Und morgen werden wir alles raushauen mit unseren Fans und dann werden die drei Punkte hoffentlich hier bleiben.